Es sieht aus wie in Afrika oder Asien. Menschen leben in slumähnlichen Verhältnissen, auf engstem Raum, ganz provisorisch. Aber es ist kein anderer Kontinent. Es sind Bilder mitten aus Europa, vom Balkan. In diesen Hütten leben fast ausschließlich Roma. Eine Volksgruppe, die häufig als Zigeunervolk beschimpft und schon immer ausgegrenzt und diskriminiert wurde. Dabei sind es die Roma-Frauen, die besonders leiden und Unterstützung brauchen. Ich wollte den Roma-Frauen helfen, damit sie genauso menschlich behandelt und ihnen die gleichen Rechte zugestanden werden wie jedem anderen in der Gesellschaft. Sie werden ständig diskriminiert. Zum Beispiel, wenn sie zum Arzt gehen, dann kommen sie immer als Letzte dran. Also unterstützen wir sie. Um ehrlich zu sein, ich bin zwar keine Roma, aber ich habe vor 20 Jahren einen Romamann geheiratet und weiß aus erster Hand, wie schwer es für diese Frauen ist. So wie dieses Frauenzentrum gibt es auf dem Balkan viele Projekte, die den Roma helfen. Unterstützt werden sie dabei auch von der Hilfsorganisation CARE. Denn egal ob Bosnien, Serbien oder Kosovo, viele Roma-Familien leben abseits der Städte in einfachsten Verhältnissen. Es gibt auf dem Balkan extrem viele Roma. Viele von denen haben sich während der Kriege nach Mitteleuropa geflüchtet und müssen jetzt wieder zurück, sind häufig nicht integriert in die dortigen Gesellschaften und leiden eben nach wie vor erheblich unter einer Ausgrenzung, unter Diskriminierung. In dieser Siedlung in Nordserbien wurden zum Beispiel zusammen mit den Bewohnern Wasserleitungen verlegt. Jedes Haus hat nun einen eigenen Anschluss und die Bewohner müssen nicht mehr zum Brunnen laufen, um dort Wasser zu holen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von CARE auf dem Balkan ist der Kampf gegen den Menschenhandel. Denn die Verschleppung von Frauen und Mädchen ist häufig traurige Realität. Weite Teile der Gesellschaft werden auch kontrolliert von organisierter Kriminalität. Und da hat sich eben eine Struktur herausgebildet, die die Länder des Balkans sowohl als Transitländer von jungen Mädchen, die für die Zwangsprostitution bestimmt sind, verwenden als auch als Ursprungs- und auch Zielländer. Zur Hilfe vor Ort gehört zum Beispiel die enge Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei, aber auch Aufklärungskampagnen oder die Einrichtung von Notruftelefonen. Nicht ganz ungefährlich, denn häufig sind Politiker oder Polizeikräfte mit in die Prostitution verwickelt. Ein schwieriges Leben für die Roma auf dem Balkan, nicht zuletzt auch durch die Abschiebepolitik der Europäischen Union. Wir haben nach wie vor kein Konzept für Menschen, die ihr Lebensziel auch in einer gewissen unflexiblen Situation befinden. Das sind einfach Roma. Man kann sie nicht einfach ansiedeln. Das wollen die auch nicht. Sondern es muss die Möglichkeit geben, dass sie freizügig sind und dass wir dort ein Konzept haben. Aber das fehlt in der Europäischen Union insgesamt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017